die obere decke wieder zu pflastern weil ich will jetzt nur wissen wo das ende ist vom haus das sind dass das haus einfach bündig mit dem keller zusammenschließt und ja mal gucken wie weit ich da komme ja ich werde gleich mal nur ellendorf noch besuchen und denn ja also jetzt ist wieder richtig baufeuer in der letzten waren wir ein bisschen in höhlen unterwegs und gucken vielleicht dann wir so abwechselnd machen und dann vielleicht in der nächsten folge wieder okay das heißt da ist man könnte ja auch mal gucken und könnte ja auch mal gucken zusammen aufnehmen ja und denn und dann mal so keine ahnung also ich sehe das ja momentan bei pizmi zum beispiel die das machen bei formel 1 dass sie einfach da die aufnahmen machen und dann einfach mal hier die szene von dem zeigen und dann die szene von dem anderen und so ja mal gucken wenn ich das auch hinkriegen sollte mal gucken warum nicht also wenn das besser läuft dann müssen wir mal gucken ob das dann dann genauso gemacht wird ok ok dann komme ich jetzt mal eben zu dir rüber ich müsste mal eben an ich bin aber du bist nicht zu hause aber ich kann es mir trotzdem angucken oder ja du kannst es trotzdem angucken soll welch mal mein letztes fleisch ist mein letztes fleisch ich kann ihnen noch fleisch geben nein ich habe ich habe noch was in der truhe ich habe mir nur ein fleisch hier schon wieder ein kingslime unterwegs da unten ist ein kingsleim also noch nicht noch nicht hingehen noch nicht hingehen ich kann auch auf ihn brüllen aber ja die kingsleim machen wir noch nicht nur er war ja letzt mal schon ein wenig schwer da ich mache ich mal ja okay was aber jetzt okay okay naja es sieht zumindest geräumiger aus jetzt besser auf jeden fall okay kann man machen kann man machen so kann man machen was machst du jetzt jetzt mit dem räumen mit dem raum den würde ich jetzt abbauen mit dem rosa raum ja das mache ich auch das würde ich weg machen und bist du jetzt bei dem anderen haus dabei ich komme jetzt gerade hier runter nee du bist nicht bei meinem haus wo bist du denn gerade ich bin bei lollipop land bei lollipop land aber noch nicht hier rein gesperrt gesperrt wieso lass mich doch mal gucken ist gesperrt aber ich würde ich würde das größer machen das ist mein das ist mein einkaufsladen also ok lollipop land ok das ist mein lollipop land lass mal einen daumen da wenn das da ist wenn das fertig ist auf jeden fall erstmal erstmal nach 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 daumen betteln ich hoffe christoph kommt nicht ha 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 ok warum warum sind die kühe hier einmal einer tür brennt die kühe gleich mal die kuh rennt immer und immer nur zur tür das heißt wenn ich die tür auf machen dann rennen sie raus das ist auch irgendwie blöd da könnt ihr mal in den kommentare schreiben wie das am besten geregelt werden kann ich die kühe ok das ist natürlich dann ist was sie gebaut habt ihr macht sie baut wieder mist und weiß nicht was zu tun soll wie sieht es mit deiner hand aus nur mal ja geht so geht so hat also wenn du ja also müssen wir uns da mal gucken nicht dass sie nachher wieder einsteht so wie letzt mal da hatten wir schon sehr lange naja schon sehr lange gebraucht also willst du sie aber noch größer bauen hast du gesagt oder dann das haus das häuschen hier ja dann brauchen wir auf jeden fall noch ein bisschen mehr erde war und um eine größere fläche zu machen müssen wir hier ein bisschen mehr zu machen und denn und dann geht das schon vorher irgendwelche monster spawnen oder was auch immer oder dass wir hier halt ein bisschen ebnen das sind halt so das sind dann halt so die folgen wo ich sage wo alter das könnte man auch vielleicht auf screen erledigen aber ich sag mir warum soll man nicht alles zeigen da ist man da da wird man denn fast so wie krank erst mal alles zeigen und die sagen ja sowieso nachher wieder ja zeig mal lieber alles so wir sind hier gerade ein bisschen sehr konzentriert ja also ich zumindest ich bin gerade ein wenig sehr konzentriert weil mein magen für mich gerade was gab es bei euch zu essen heute heute gab es zu essen was leckeres erzähl doch mal wir haben heute ein kartoffel auflaufen mit kartoffel kartoffel auflaufen mit prattwurst das ist aber ein leckeres gerecht ja morgen gibt es das bei uns mit nudeln auf jeden fall lecker ich freue mich schon drauf leckerer bolognese soße ich könnte jetzt schon reinfallen ich mag ja ich bin ja so ein bolognese fern das habe ich euch meine essens gewohnheiten jetzt ich habe schon mal ein bisschen geebnet hier aber hier muss noch viel mehr geben müssen hier noch viel mehr geben weil nur das haus nur das haus dann auch hier von abbauen und denn neu machen und sagt da und ja mal gucken und was daraus wird ja ok ja ok die kartoffel ist fertig die ist fertig und die ist fertig habe ich zehn kartoffeln die pflanze ich wieder ein weil wir brauchen nicht so viel weizen das weizen sammle ich dann auch wieder ein ist das weizen auch schon mal erledigt weil das weizen brauchen wir nur für die kühe normal könnte man sich rot machen das auf jeden fall manuel wirst du nicht mehr mit dem mikro immer mit der hand ins mikro gehen mache ich doch gar nicht aber irgendwas machst du auf jeden fall so ich kann schon handeln Maxi ich kann schon handeln das ist schön ich gehe wieder nach oben in meinen keller willst du nicht handeln nein warum nicht du wolltest doch diamanten handeln ja wollte ich haben aber ich hoffe ich hoffe du hast die chill auch richtig geschrieben nein da schreib ich kann dich ja ich kann das ja nachher korrigieren offscreen natürlich so also der raum der wird schon sehr groß also es ist schon extrem groß gerade der raum ja mikro oder 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 was was rüttelst du dann immer hin und her macht gar nichts irgendwas machst du immer keine ahnung was das sieht sieht immer so aus als wenn du gerade irgendwas da hin und her rüttelst weil das ist gerade extrem laut gewesen weißt du jetzt nichts gegen dich oder so ist einfach nur tatsache ich brauche mir noch mal ein Ölfinn ne ich mach mir noch mal ein Ölfinn hier so mach ich den Ölfinn da rein und dann mach ich noch mal warte mal ich mach lieber erst mal 8 so